Hallo, ich bin Jolietta, 20 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und studiere Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Hi, ich bin Tim, ich bin auch 20 Jahre alt, ich studiere Maschinenbau hier in Aachen und komme ursprünglich aus Köln. Wir sind das Filmstudio, wir zeigen hier jeden Dienstag und Mittwoch Filme im Hauptgebäude der Aula. Beginnt ist immer um 20 Uhr, Eintritt ist bei uns immer 3 Euro. Wenn ihr Interesse habt, einfach mal mitzumachen, könnt ihr gerne um 19 Uhr schon in die Aula kommen. Da sind wir immer da und ihr könnt beim Aufbau helfen, mal gucken, was wir so machen. Und sonst freuen wir uns auch immer über neue Gesichter, die uns mal besuchen kommen. Den 23.11. müsst ihr euch auch unbedingt in den Terminkalender markieren. Das ist nämlich das Datum der glorreichen Filmstudio Lehrjahre, das größte studentische Filmereignis Aachens. Wir zeigen die Feuerzangenwohle, den zeigen wir bereits seit 30 Jahren. Und dieses Mal zum ersten Mal in Kombination mit dem Film Animal House. Und passend zum Film wird es danach auch eine Toga-Party geben. Kommt vorbei! Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!